Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Jeder Quilter hat das schon mal erlebt. Unser Quilt-Top ist fertig. Es ist super schön geworden. Und nun wollen wir kreuz und quer darüber stecken, wenn das mal gut geht. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Meine Videos werden finanziell unterstützt von den Kanalmitgliedern. Einen ganz herzlichen Dank an euch. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das Problem starten können und wie wir es uns da ein bisschen leichter machen können. Ein paar dieser Möglichkeiten schauen wir uns heute gemeinsam an. Wir quilten gemeinsam das Windrad-Quilt-Top. In den letzten beiden Folgen haben wir ein Windrad-Quilt-Top erstellt. Genauer genommen die beiden Blöcke. Damit aus diesen beiden Blöcken ein Quilt wird, setzen wir unsere Blöcke noch zusammen. Fügen wir sie einfach zu einem Quadrat zusammen, dreimal drei Blöcke. Dann stoßen bei den großen Patches die Ecken immer noch zueinander. Wir möchten aber ein Anfänger-Quilt-Top haben, bei dem wir uns um stimmende Ecken gar nicht kümmern müssen. Damit wir das erreichen, nehmen wir zehn Zentimeter breite Stoffstreifen und diese Stoffstreifen nähen wir oben und unten an die mittleren Patches an. Wenn wir das haben, nähen wir die einzelnen Reihen zusammen. Alle Angaben findet ihr in der Videobeschreibung. Unser Quilt-Top ist fertig. Es liegt unter unserer Nähmaschine und wir haben ein paar Vorbereitungen zu treffen. Das erste Problem, das wir haben, ist, wir haben eine große Decke unter unserer Maschine liegen und die große Decke hat Gewicht. Wenn wir das am Anfang ausrichten, liegt das alles wunderbar. Doch wenn wir quillten, verschieben wir die Decke und früher oder später zieht das Gewicht unseres Quilt-Tops das ganze Stück mit in irgendeine ungewünschte, unfreiwillige Richtung. Das können wir am Anfang schon fixieren. Dazu gibt es Möglichkeiten. Zunächst einmal versucht an einem großen Tisch zu arbeiten, sodass ihr euer Quilt-Top großzügig ausbreiten könnt. Das geht nicht immer und irgendwo hat unser Tisch auch ein Ende und unsere Maschine steht nicht mitten auf dem Tisch, sondern am Ende des Tisches. Das heißt, irgendein Ende hängt auf jeden Fall schon mal vom Tisch herunter und wird unseren Quilt in eine beliebige Richtung ziehen. Um das zu verhindern, gibt es viele Möglichkeiten. Meine beiden Lieblingsmöglichkeiten sind zum einen, ich habe hier eine stoffbezogene Hantel von einem Kilo und diese ein Kilo schwere Hantel lege ich irgendwo auf meinen Quilt, sodass er mir nicht mehr einfach so vom Tisch rutscht. Meine zweite Lieblingsmöglichkeit, ich möchte meinen Quilt-Top nicht einfach vor mir flach hängen haben, ich möchte es weiter durchschieben können und dazu habe ich mir ein Stativ mit einer Klemme gegriffen. Dieses Stativ kann ich außen neben meiner Nähmaschine stellen. So habe ich meinen Quilt an dieser Stelle geschützt und mein Quilt-Top fällt nicht einfach vor mir herunter und ich trete wohlmöglich noch drauf oder mir passiert sonst irgendetwas. Unser Quilt-Top ist gesichert und nun möchten wir das gerne quilten. Ich möchte dieses Quilt-Top mit einem Lineal quilten. Das Lineal, das ich dazu verwende, habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Aber wie? Wie möchte ich mein Muster anlegen und ich möchte ein bisschen wissen, wie es später werden wird. Ich möchte keine Überraschung bei meinem Quilt erleben. Ich möchte nicht loslegen und nachher denken, oh mein Gott, das sieht jetzt aber furchtbar aus. Irgendwo möchte ich Gewissheit herbekommen. Das können wir ganz einfach umsetzen. Wir nehmen eine Folie und diese Folie schieben wir über unser Motiv. Unser Lineal legen wir auf unsere Folie. Wir haben eine bestimmte Idee, wie wir das Ganze ausrichten möchten und was wir als Motiv erreichen möchten. Und so legen wir unser Lineal schon einmal an. Wenn wir unser Motiv vorzeichnen möchten, achten wir darauf, dass unser Motiv nicht ungenau wiedergegeben wird. Wenn wir einen Stift nehmen, mit dem wir auf Folie zeichnen können und wir setzen diesen Stift an unser Lineal an, dann kommt unsere Stiftspitze ganz nah an den Außenrand unseres Lineal. Unser Füßchen ist aber breit und unsere Nadel sticht genau in die Mitte des Füßchens ein. Das heißt, meine tatsächlich genähte Linie liegt nicht an meinem Lineal, sondern sie liegt ein Viertel Inch von meinem Lineal entfernt. Damit wir unsere vorgezeichnete Linie mit dem richtigen Abstand zeichnen können und nachher auch ein genaues Ergebnis auf unserer Folie sehen können, können wir folgendes tun. Wir können unser Füßchen füllen. Ich habe dazu ein Filzstück genommen, drei Millimeter stark, habe das aufgewickelt und einmal in mein Füßchen gesteckt. Meine Zeichenspitze kann ich hier, da ist da noch Platz genug, einmal so in mein Füßchen stecken. Das Ganze hat Halt und ich kann mein Motiv vorzeichnen. Das probieren wir einmal aus. Mein Lineal lege ich so an, dass die Startmitte genau auf dieser Nahtlinie liegt und der untere Hilfsbogen meines Lineals liegt an der unteren Petschkante. Wenn ich das habe, setze ich mein Füßchen genau so an und ich zeichne die erste Linie nach. Ich verschiebe das. Bei meinem Motiv möchte ich nun hingehen und die zweite, die mittlere Hilfslinie ansetzen und ich zeichne das erneut. Das ist meine erste Motivhälfte. Ich drehe mein Lineal um und starte hier erneut so mit dem gleichen Punkt. Das gefällt mir als Motiv sehr gut. Das möchte ich gerne in meinen einzelnen Patches arbeiten. Auf meiner Folie kann ich mir nochmal Notizen einsetzen, denn ich weiß ja nicht, ob ich es wirklich schaffe, das ganze Quilttop in einem zu quilten. Vielleicht liegen Wochen dazwischen, weil irgendwas passiert und später weiß ich nicht mehr, wo war mein Ansatzpunkt. Das heißt, ich nutze die Folie und zeichne mir einmal ein, an welchem Punkt ich denn gerne mein Lineal ansetzen möchte. Wenn wir das vorbereitet haben, dann können wir unsere Vorlagen zur Seite legen. Wenn wir mit unserem Lineal auf einer großen Decke quilten, passiert sehr viel gleichzeitig. Wir haben unser Lineal und wir möchten unser Lineal zu unserem Quiltfüßchen ziehen und schieben unser Lineal mit unserer Decke gemeinsam an dem Quiltfüßchen vorbei. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, unser Quilttop mit dem Lineal zu schieben und wir müssen darauf achten, dass unser Lineal nicht einfach über unserem Quilt hin und her wackelt. Denn dann bekommen wir ungenaue Linien und unser Motiv wird nachher nicht schön aussehen. Damit wir unser Lineal fixieren können, gibt es einmal gummierte Klebepunkte. Die kann man überall erwerben. Die klebt man auf das Lineal und das Lineal haftet ein bisschen an dem Quilt. Mir ist das zu wenig. Ich möchte ein bisschen mehr Kontrolle, ich möchte keinen Druck auf mein Lineal ausüben müssen, damit sich der Quilt bewegt. Darum nehme ich sehr viel lieber Schmirgelpapierpunkte. Ich nehme einen Streifen 240er Schmirgelpapier. Auf die Rückseite klebe ich doppelseitiges Klebeband und das Ganze zerschneide ich zu Punkten, zu kleinen Quadraten. Das 240er Schmirgelpapier haftet auf meinem Quilt. Ich kann da schon mit einem Finger, kann ich es jetzt schon bewegen und habe nur einen Punkt. Es ist aber noch fein genug, dass es unseren Stoff und unsere gequiltete Arbeit nicht versaut. Ich ziehe die Folie ab und klebe diese Punkte, ich möchte mein Lineal hier ja beidseitig verwenden, also auf beide Seiten meines Lineals. Einmal in Ansatznähe und dann zwischen den Hilfslinien. Meine Schmirgelpapierpunkte sind wesentlich flacher, als es diese gummierten Haftpunkte sind und ich möchte gerne mit einem sehr flach auf dem Quilt liegenden Lineal arbeiten. Das ist eine persönliche Vorliebe. Probiert aus, was für euch da besser funktioniert und schreibt mir das vielleicht unter das Video. Womit kommt ihr da am besten mit zurecht? So, mein Lineal ist präpariert und siehe da, es bewegt den Quilt und rutscht nicht mehr über meinen Stoff hin und her. Unser Lineal ist vorbereitet. Wenn wir nun unser Quilttop verschieben, dann gibt es bei jeder Quilt-Situation, bei jedem Tisch, bei jeder Maschine, gibt es typische Punkte, da bleibt mein großes Quilttop hängen. Ermittelt, bevor ihr das erste Mal mit eurer Maschine quiltet, diese Punkte. Schaut, wo bleibt mein Quilttop hängen. Bei mir ist es, bei meinem Quilt endet, kann man das hier sehen, endet mein Tisch genau an diesem Punkt und ich habe hier so eine Vertiefung, so eine Aussparung. Und das ist ein Punkt, da kann das sein, dass mein Quilt hängen bleibt. Darum habe ich mein Stativ, darum habe ich meinen Greifer genau hier positioniert, dass das Ganze hier schon so ein bisschen hochgehoben wird. Und ich kann den Greifer verschieben und habe das dann noch ein bisschen höher liegen. Das kann ich ausprobieren, wie ich das brauche. Eine weitere typische Kante ist genau hier, wo wir unser Quilttop schieben. Wenn wir sehr viel Stoff auf unserem Schoß liegen haben oder vor unseren Beinen liegen haben, achtet darauf, wie muss ich meinen Quilttop ausrichten. Hebt das einmal hoch, setzt euch in eurer Nähposition vor eure Maschine und lasst das dann einmal locker fallen. Achtet darauf, dass nicht die äußere Linie, die ihr zum Schluss quilten möchtet, nach oben fällt, sondern achtet darauf, dass euer Quilttop von der Mitte zum Rand fällt. Dass der äußere Rand direkt auf eurem Schoß liegt und der andere Stoff locker darüber fällt. Solange euer Quilttop locker liegt, habt ihr keine Probleme. Findet diese Punkte, schiebt euer Quilttop hin und her über die Maschine, bis ihr merkt, oh da hakt was, hier hakt was. Bis ihr herausfindet, ja, jetzt bin ich tatsächlich in der Lage und kann meinen Quilttop schieben. Und wenn wir das haben, ja, dann können wir endlich mit dem Quilten beginnen. In dieses Video habe ich so viel Material hereingepackt, dass es gar nicht in ein Video passt. Das heißt, in diesem Teil haben wir die Vorbereitungen und in der kommenden Woche, im nächsten Teil, werden wir gemeinsam dieses Motiv dann auch quilten. Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Wir sehen uns in Teil 2.